Willkommen zu einem kurzen, schnellen Guide, in dem ich euch einmal kurz zeigen möchte, wie ihr eventuell schneller an eure Wunsch-Digimon kommt und welche Tricks ihr anwenden könnt, um auch euer Wunsch-Digimon zu bekommen. Steigen wir einmal direkt ein. Ich bin jetzt hier einfach random in der Welt unterwegs und nehmen wir mal an, wir haben hier ein seltenes, interessantes Digimon, was wir haben möchten, zum Beispiel Angemon. Dann natürlich einmal eben direkt in den Kampf einsteigen, euch soweit vorbereiten, so dass wir dann auch gleich direkt loslegen können und dann kann ich euch das eben schnell zeigen und erklären. Das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass ihr euer Digimon bekommt, aber es erhöht eure Wahrscheinlichkeit enorm und mit etwas Zeit und Geduld ist das nahezu eine hundertprozentige Möglichkeit. Zunächst einmal reden wir mit dem Digimon, das wir fangen möchten. Ich werde jetzt hier einfach irgendetwas auswählen, damit wir hier sehr schnell durchkommen. Beim ersten Mal hatte ich sogar Glück gehabt. Da habe ich jetzt ein bisschen Pech gehabt, aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir können es jetzt fangen, wunderbar. Nicht fangen, Entschuldigung, wir können es jetzt versuchen zu überreden, beizutreten. In dem Fall hat es jetzt funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat oder ihr bei eurer Überzeugung nicht dahin gekommen seid, wo ihr hin möchtet, dann einfach ins Menü wiederholen und der gesamte Kampf startet erneut. Ihr bekommt dieselben Digimon. Wir haben dieselbe Ausgangslage wie eben und können dann auch wieder anfangen. Ihr habt gesehen, bei mir, ich hatte fast 70% Wahrscheinlichkeit, das Digimon zu fangen. Hin und wieder klappt das nicht. Also ich hatte auch schon Durchgänge gehabt, da musste ich 3, 4, 5 Mal diesen Prozess durchführen. Aber so gehe ich jetzt quasi vor, um meine Wunsch-Digimon zu überzeugen, in mein Team zu joinen. Bislang konnte ich mit dieser Taktik alles fangen, was mir so über den Weg läuft. Selbst bei 20% Wahrscheinlichkeit, da dauert das natürlich deutlich länger, ist deutlich anstrengender und anspruchsvoller. Aber mit dieser Taktik solltet ihr mit genügend Zeit, Geduld und auch Einsatz auf jeden Fall die Digimon bekommen, die ihr unbedingt haben wollt, braucht oder auch die ihr persönlich mögt. Bis zum nächsten Mal.